Wir testen jetzt die Fake-Douba-Schokolade aus dem Kiosk. Von Nestle, hat 3,50 Euro gekostet. Ja, ist ganz gut. Bitte ignoriert das Kriegen von unseren Hunden. Ähm, ja... Ähm... Kann ich auch nehmen? Ja. Sollen... Okay... So, jetzt testen. So sieht es aus. Alter, ist sie geil. So geil, das hab ich ja nicht getan. Für 3,50. Richtig geil. Hier seht ihr es nochmal, wie es aussieht. Ich habe es noch nicht getan. Ich habe es noch nicht getan.